Wir waren so völlig verschiedene. Franzose Strauß hat die lauten Töne, so die Buskel spielen lassen, aber er war kein starker Mann, überhaupt nicht. Was war Franz Josef Strauß für einer? Franz Josef Strauß war einer der großen Gestalten der deutschen Nachrichtspolitik. Deutschland verdankt ihm ziemlich viel. Er war ein Urgestein, er war ein Mann mit visionären Blick auch, er hat einen Sinn für geschichtliche Entwicklungen gehabt. Er war sehr früh Europäer geworden, in dem Blick auf deutsch-französische Freundschaft, ein Grundfundament einer friedlichen Zukunft in Europa, der deutschen Zukunft ist. Er war ein Patriot, ohne jede bayerische Enge etwa, er war ein Bayer durch und durch und zwar ein Altbayer, aber er war nicht einer, der sagte, alles was außer Bayerns ist, ist nichts. Er hatte eher Verachtung gehabt. Er war ein sehr, er hatte beachtliche, er hatte einen brillanter Kopf, einer der intelligentesten Politiker, die mir in meinem Leben über den Weg gelaufen sind. Aber ich spreche jetzt von Intelligenz und spreche nicht von Klugheit. Im Blick auf die Klugheit hat er eine Menge Begrenzungen gehabt, er hat miserable Menschenkenntnisse gehabt. Ich war immer wieder erstaunt, wer bei ihm Gnade fand oder wer bei ihm vorgerobbt war, um seine Gnade zu finden. Und dann war halt eben, einer unserer gemeinsamen Freunde hat einmal gesagt, das Problem von Franz Josef besteht darin, dass er den Motor eines schweren Lasters hat, aber die Bremsen von einem Kleinwagen und das ist kein schlechtes Beispiel. Ich finde es erbärmlich, wie nach seinem Tod auch manche in Bayern und in der CSU auf Distanz gegangen sind und ich habe nie zu denen gehört. Es gibt keinen, der mehr Streit hatte mit ihm, auch das ist wahr. Wir haben schon einen gewaltigen Streit miteinander gehabt. Aber es war, und es war eine schwierige Zeit, manchmal auch eine bittere Zeit. Aber ich bleibe bei meinem Urteil und je älter ich geworden bin, umso mehr habe ich das auch gesehen. Und ich bin beispielsweise sehr froh, dass ein Mann wie Theo Weigl, der wahrscheinlich innerhalb der CSU mit den meisten Streit hatte, mit ihm, der ja dann doch sein Nachfolger wurde, später als Parteivorsitzender, auch zu denen gehört, die jetzt nicht nur nach dem Motto verfahren, dem Toten Löwen gibt mir noch einen Tritt, das habe ich immer als Dekutor empfunden. Warum hat er Sie nicht geschätzt? Wir waren so völlig verschieden. Französse Strauß hat die lauten Töne, so die Muskeln spielen lassen, aber er war kein starker Mann, überhaupt nicht. Und jemand wie ich, ich war irgendwo, und da sprach ich junger Leute von heute, ein Weichei für ihn. Also ich habe nicht gleich losgetobt und losgepoltert. Und er hat es dann auch in den letzten Jahren auch sehr ertragen, dass ich Kanzler geworden bin. Verstehen Sie, vor seinem Verständnis war das eigentlich sein Platz. Und jetzt ist da einer gekommen und hat sich da auf den Stuhl gesetzt und er hat es glaube ich nicht sehr stark reflektiert, ob das Gründe sind, die auch vielleicht bei ihm liegen könnten. Wir haben über lange Passagen uns das weggewegt und es auch sehr gute Beziehungen gehabt. Da waren sie zwischendrin miserabel, dann waren sie wieder besser. Also 76 waren Sie schlecht, 80 durfte ja Franz Josef? Ja 80 war es ganz anders. Als 80 hat er, wie andere gesagt, nicht erst 80, sondern ein bisschen vorher. Ab 78 darf auf gar keinen Fall wieder Kanzler werden, Kanzlerkandidat werden. Weil sie irgendwo nicht wussten, ob nicht wieder was passiert, wie 76, dass der vielleicht noch regissiert. Und dann hat er und andere, auch viel in der CDU, sich auf den Weg gemacht, um meine Kanzlerkandidatur erneut zu verhindern. Und meine nüchternen Lagebeurteilung hat mir klar gemacht, wenn ich jetzt noch einmal antrete als Kanzlerkandidat, werde ich verschlungen im Vorfeld. Dann gab es eine ganz massive, kaum an die Öffentlichkeit geratene Welle der Unterstützung von wichtigen Leuten. Ich solle Bundespräsident werden 1979. Das heißt, um es auf den Punkt zu bringen, Sie waren im Weg und sollten den Weg freimachen, indem Sie Bundespräsident werden? Ja, im Weg war ich sicher. Das war ich aber häufig, also, das war ich häufig. Weil ich, bei mir kam ja hinzu, die lange Wegstrecke, wenn man so lange dabei ist, ist man sehr lange Leuten im Weg. Und am Anfang war das anders, weil die ja viel älter waren. Ich war ja keine Konkurrenz. Wir hatten große Streitern und daraus hat sich eine wirklich enge Freundschaft entwickelt. Er war einer der wenigen, der dem Jungen erlaubt hat, ihn zu duzen. Das war ein Adelstitel. Der Franz Josef Röder von Saarbrücken, einer der großen Gestaltener der damaligen Zeit, ein strenger Oberstutendirekter, alter Prägung. Der hat immer einem angeguckt mit einem Blick, versetze ich dich nach Oberprima und dann bleibst du sitzen. Dass der mir damals mal das Du angeboten hat, das werde ich nie vergessen. Da sagte er, du bist ja hoffentlich klar, was das heißt, wenn ich dir das Du anbiete. Guck mal nochmal, Sie sollten Bundespräsident werden? Also ich reite ein wenig drauf herum, weil das mir nicht bekannt ist. Ne, das ist nicht bekannt, aber wir hatten ja die Mehrheit. Das haben wir jetzt nicht gesagt. Wir hatten, die Union, eine klare Mehrheit in der Bundesversammlung. Also derjenige, der von der Union vorgeschlagen wurde, wird Bundespräsident. Das ist ja dann auch Karl Carstens geworden. Für den wir auch waren. Also ich war ja für den Karl Carsten. Aber hinter diesem Bestreben steckt ein anderes Kalkül. Ja, ja, politisches Kalkül, das gab es immer. Na, aber wenn Sie das nochmal formulieren, dieses Kalkül. Na ja gut, also ich meine, wenn ich 1979 sozusagen ausgeschieden wäre aus der politischen Frontlinie, und wäre Bundespräsident geworden, dann wäre ich das geworden bis 1984. Also fünf Jahre. Und natürlich gab es dann kein Verrückt mehr woanders hin. Also nochmal als Parteivorsitzender gab es kein Verrückt. Und auch nicht für die aktive Politik, etwa als Kandidat für das Amt des Bundeskanzleramts. Wenn es geworden wäre, wäre allerdings dann 1984 Richard von Weizsäcker nicht geworden. Und das hätte ihm gegräbt bis an sein Lebensende. Auch das ist wahr. So hat also dieser Versuch von Franz Josef Strauss indirekt eine Wirkung auf den Richard von Weizsäcker gehabt. Aber das war damals nicht meine Intention. Wieder wollen wir mit einem Datum beginnen, was wichtig für den nächsten Gesprächsabschnitt sein wird. 1982, der erste Oktober, der Tag Ihrer Vereidigung. Ein sehr wichtiges Datum für Deutschland, für Sie persönlich. Zusammengefasst, was sind Ihre Erinnerungen an diesen Tag? Ja, zu diesem Tag gehört natürlich die Vorgeschichten. Den ersten Oktober kann ich eigentlich im Nachhinein nur richtig erinnern, wenn ich mich an die Monate zuvor erinnere. Mit den ersten Wochen, Monaten des Jahres 1982, war ja offenkundig, dass die Regierung von Helmut Schmidt am Ende war. Helmut Schmidt selbst hat das Vertrauen der Mehrheit seiner Partei verloren über die Nachrüstungsdebatte, über die Frage der Stationierung der Mittelstreckenwaffen. Die wirtschaftliche Lage war sehr schwierig, die Arbeitslosigkeit war steigend. Es war eine ausgesprochen depressive Stimmung. Und in der Koalition grieselte es auch. Bei der FDP war spürbar, dass wichtige Leute, wichtige Führungsgestalten der FDP, der Meinung war, es geht nicht weiter. Unsere Position war stärker geworden. Wir hatten die Mehrheit im Bundesrat, was ja auch sehr wichtig war für die weitere Arbeit der Bundesregierung. Und im Frühsommer war es eigentlich ziemlich klar für jeden, der einigermaßen sicher auskannte, dass der Bundeskanzler nicht mehr eine lange Wegstrecke hat. Es war eine Frage an welchem Ende das möglicherweise zum Kollaps kommt, aber die Gesamttendenz war schon so. Bei uns in der Union war natürlich die Erwartung groß, dass wir jetzt nach so vielen Jahren, 1969, 1982, wiederum die Regierung übernehmen können. Im Sommer 1900, ich weiß nicht mehr in einer der letzten Sitzungen vor der Sommerpause, als Plenarsitzung war. Ich war ja Oppositionsführer. Darf ich mich beim Rausgehen, aber nichts verabredet, mir zufällig auf den Gang. Mit Hans-Dietrich Genscher und er sagte, gehst du nach St. Gilden, wo ich ja viele Jahre zuvor und später ja auch noch war. Weil wir dort immer ein kleines Haus direkt am Wasser für uns gemietet hatten. Und in früherer Zeit haben wir uns auch gegenseitig besucht. Er war häufig bei einem Bekannten in Berchtesgarten Urlaub. Und es ist ja nur ein Katzensprung. Und dann sagte ich zu ihm, ja, aber ich finde, wir sollten uns nicht treffen. Jetzt weiß ich noch, wie ich spontan ihm sage. Er hat mich erstaunt. Dann habe ich gesagt, ich glaube nicht, dass das jetzt gut ist, dass es ja alle möglichen Gerüchte gibt. Und ich sagte dann zu ihm, das weiß ich noch ganz genau, Also wenn ihr springt, das heißt, wenn sie abspringen, dann wirst du nicht ohne Netz springen. Das heißt, ich bin bereit, mit unseren Leuten auf euch zuzugehen, eine Regierung zu bilden. Aber das war nicht so verbal ausgesprochen, aber das war ja ganz verständlich. Dann bin ich also in Urlaub gefahren und die ganze Sommerzeit war ja nur eine einzige Turbulenz dann. Dann hat in der FDP Glamstdorf diesen berühmten Brief geschrieben, was gemacht werden müsste. Und Schmidt hatte große Auseinandersetzungen innerhalb der SPD. Und als ich dann aus dem Urlaub zurückkam, das war wie immer zum gleichen Datum, aus bestimmten Gründen. In Österreich ist ja noch bei vielen der Älteren der Geburtstag von Kaiser Franzose schon Ende August ein wichtiges Datum. Und meistens sind wir an diesem Wochenende heimgefahren, so auch dann. Und da war schon eine große Hektik in Bonn. Dann gab es alle möglichen Gerüchte, was sich entwickeln könnte. Dann gab es auch Leute, die sich schon gesagt haben, wer was wird in der neuen Regierung. Wie das auch immer selbstverständlich ist. Besonders eigenartig bis zum heutigen Tag ist für mich, dass eine Reihe der wesentlichen Repräsentanten des Bundesverbandes der Deutschen Industrie sich dann trafen. Mit einigen aus der FDP. Und sich einige waren, dass es eine Koalition CDU, CSU, FDP geben müsse. Aber nicht mit mir, weil ich zwar wirtschaftsfreundlich, aber nicht industriefreundlich sei. Sie haben diesen feinen Unterschied gemacht, der auch übrigens nicht ganz falsch war. Insofern war ich immer ein Nachfolger von Ludwig Erhard und seinem Verständnis der sozialen Marktwirtschaft. Und heute wirkt es umso kurioser, dass sie damals ernsthaft in diesem Kreis diskutiert haben, nur Walter Leisler Kieb dann als Kandidat der Union aufgestellte. Das war so abwegig, wie überhaupt etwas sein konnte. Aber das zeigt, wie weltfern und politikfern von der Wirklichkeit diese Leute zum Teil waren. Ja, und dann kam ja das, dann ging es ganz schnell. Dann war es klar, dass wir den Antrag stellen werden auf konstruktives Amnistansvotum und das im Sinne der Verfassung. Bei der Sache war dann natürlich auch sehr wichtig, dass noch einmal Franz Josef Strauß versucht hat, die Koalitionsbildung zu verhindern, von seiner Vorstellung ausgehend, die wir vorhin schon besprochen haben, dass man dann lieber noch wartet, bis die neue Wahl vorgezogen sind und die FDP rausgewählt wird und das andere Szenario eintritt, was wir vorhin beschrieben haben. Er hat es übrigens, Fritz Zimmermann, bis ans Lebensende und ein paar anderen auch nicht vergessen. Er hat immer behauptet, bis zu seinem Tod, wir hätten während der Ferienzeit, wo das gar nicht der Fall war, uns bis Gänzscher getroffen, also das, was ich vorweg schon vor Bonn abgelehnt hatte. Und ja, dann war die Wahl zum Kanzler. Und das war an einem Freitag und das war auch in der Partei eine ungeheure emotionale Welle, muss man schon sagen. Und dann habe ich gesagt, Bonn bleibt ja Bonn, so wie es damals war. Und an dem Sonntag bin ich dann mit einigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und zwei, drei Helfern von meinem Büro im Bundeshaus umgezogen ins Kanzleramt. Das hat kein Mensch gemerkt, keiner der Fotografen, denn samstags morgens um 11 Uhr war ja nichts in Bonn. Und dann ist auf den Gedanken gekommen, dass wir jetzt umziehen. Und dann waren wir dann am, sind es heute noch, die Kinder, meine Frau, deine Arbeitsklamotten, haben wir das Büro eingeräumt und das alte Büro ausgeräumt und das dann Drecke einzog. Und am Montagfrüh war ich im Kanzleramt zur allgemeinen Verblüffung. Und dann war am Montag, glaube ich, um 13 Uhr, war dann die Vereidigung der Minister, vorher die Ernennung der Minister durch den Bundespräsidenten. Ich war dann Karl Carstens, für den das auch ein persönlicher Tag der Genugtuung war, voller Freundschaft und Sympathie, auch für mich. Und mittags um 17 Uhr bin ich in den Hubschrauber gestiegen, das hat er auch nie vergessen. Und bin um 18.30 Uhr im Élysée die Treppen hoch und da stand François Mittauer als Präsident der Republik. Und es war für ihn eine wichtige Geste. Und der Jüngere, der Deutsche, kommt am Tag seiner Ernennung im zweiten Antrittsbesuch, um der französischen Republik, der Grande Nation, muss man hier schon sagen, die Referenz zu erweisen. Das war meine Idee. Ich habe dann am Samstag die Idee gehabt. Ich wusste auch gar niemand, dass ich das machen werde. In Frankreich war es dann bekannt. Und das war ein glänzender Einstieg. Er hatte nie etwas dazu gesagt. Er war ja kein Mann, der so etwas kommentiert. Aber das war nach seiner Vorstellung der Umgangsweise. Und von diesem Punkt aus hat sich dann eine wirklich lebenslange Freundschaft entwickelt. Partnerschaft und dann Freundschaft. Aber als Sie Kanzler waren, die Minuten danach, war Ihnen klar, was da auf Sie zukommt? Wie haben Sie das empfunden? Ja, wissen Sie, ich war ja schon zu lange dabei. Erstens war mir die gegebene politische Situation klar. Ich wusste, wie die Wirtschaftslage war, wie die Finanzlage war. Ich wusste auch, was im Lande noch lief im Zusammenhang mit der Nachrichtungsdebatte. Es war ja eine riesige Demonstration. Überall hat sich zusammengefunden. Beide Teile der Sozialdemokraten und der Unterführung von Willy Brandt hatten ja mobil gemacht. Es war eine Angstpsychose, die völlig absurd war für jemanden, der sich noch einen klaren Verstand bewahrt hat. Ich habe mit Helmut Schmidt eigentlich kein Problem gehabt. Unser Problem war, was ich in einem anderen Zusammenhang sagte, die Chemie stimmte nicht besonders. Helmut Schmidt war aus meiner Sicht immer im Dienst. Also die Vorstellung, dass wir uns zusammensetzen, ein Glas trinken und mal ganz entspannt miteinander reden, diese Vorstellung hatte ich mit ihm eigentlich nie gehabt. Ganz anders wie mit Brandt. Von Brandt noch natürlich im Laufe der Jahre mehr bis hin zu seinem Tod. Und wir haben uns respektiert, aber eigentlich nicht sonderlich gemocht. Und ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass er sehr daran interessiert war. Wir waren so sehr weit auseinander. Und dann war sein Umfeld in Hamburg war natürlich überhaupt nicht mein Umfeld. Die Leute, in denen er sehr besonders eng war, etwa in der Redaktion der Zeit, waren nun wahrlich nicht meine Leute. Vielleicht mit Ausnahme von Gerd Butzerius, aber der war auch sehr weit von mir weg. Aber die anderen, die Chefredakteure und Hauptakteure waren, die haben nie was mit mir im Sinn gehabt und ich auch nicht mit ihnen. Es war ja dann ein langes, schwieriges Verhältnis zwischen Ihnen und den Medien. Nein, das halte ich für der Pharma, da muss ich widersprechen. Ich habe immer was gegen Pauschalurteile. Ich habe, wenn ich jetzt sage, die Medien, muss man natürlich schon sagen, das ist ja eine Summe von vielen. Man kann also nicht den einen für den anderen nehmen. Wenn Sie jetzt sagen, die Journalisten, ist es genauso falsch, wenn man sagt, die Pfarrer oder die Politiker, es gibt da solche und solche. Und ich habe mit Journalisten hervorragende Erfahrungen gemacht, quer durch Deutschland. Auch im Fernsehen, im öffentlich-rechtlichen Bereich. Ich habe ja, der erste Presschef war der Wirtschaftschef der Zeit, den ich damals nach meiner Wahl zum Kanzler berufen habe. Ich habe sehr ernsthaft, bin ich mit dem Gedanken umgegangen, ich hätte gerne den Friedrich Nowotny als Chef vom Bundespresseamt gewonnen, aber die Karriere bei ihm ist ganz anders gegangen. Ich glaube auch nicht, dass es ein Nachteil für ihn war, dass in dieser Debatte statt, später als er dann Intendant vom WDR geworden ist. Und ich kenne eine ganze Menge in der Printpresse von Leuten, die große Vätern waren. Was ich immer dagegen war, ist gegen diesen Enthüllungsjournalismus, wer sich in einer besonders schlimmen Weise, gerade beim Spiegel und beim Stern oder bei der Süddeutschen Zeitung zeigt. Die bitteren Erfahrungen beim Tod meiner Frau gehören für mich zu dem unglaublichen Skandal meines Lebens, dass ich das erlebt habe, wie man an diesem Tag vor ihrer Beerdigung, vor dem Trauergottesdienst im Speyerer Dom sich aufführte, dass er später dann der freiwilligste Selbstkontrolle, der den Stern gerückt hat, darüber kann man eigentlich nur lachen, wenn es nicht so bitter und traurig wäre. Aber ich wehr mich dagegen, dass es ein Pauschalurteil ist. Ich habe auch eine Menge Leute kennengelernt, die überzeugte Sozialdemokraten waren als Journalisten. Warum eigentlich nicht? Ich habe auch ausgesprochene Schwächlinge mit CDU-Parteibuch im Journalismus kennengelernt. Ich finde, ein Journalist sollte das Kriterium zuerst einmal die Qualität sein. Und die Qualität hat für mich etwas zu tun mit einem in sich ausgewogenen Charakter und einem hohen Kenntnisstand. Teile der Medien hatten ja Anfang der 80er Jahre ein gewisses Vergnügen dabei, Karikaturen von Ihnen zu veröffentlichen. Wie haben Sie das damals wahrgenommen? Wissen Sie, ich habe praktisch nach 1976 eigentlich nur solche Erfahrungen gemacht. Es war doch nichts Neues mehr. Ich habe mein letztes Interview mit dem Spiegel nach meiner Rede 1975 gehabt. Und das war ein ziemlich schofles Stück. Nicht das Interview an sich. Da war der Spiegel immer korrekt. Aber was sie drum herum gemacht haben, dass ich damals auch irgendwann mal bei Hans-Dietrich Genscher bei einer Festivität mit Augstein traf und er wieder gleich anfing wegen eines Interviews, so gesagt, Herr Augstein, in diesem Leben nicht mehr. Und das habe ich bis zum heutigen Tag eingehalten. Das hat mir manches gekostet. Ich glaube, es gibt überhaupt keinen anderen Zeitgenossen, der so oft Spiegel-Titelblatt-Mensch war. Und ich habe natürlich auch Fehler bekommen. Ich bin der allerletzte, der das leugnen würde. Aber wenn ich sehe, wie bei anderen durch die Finger geguckt wird, und wie sie bei mir jede Grübel in meinem Wesen rausgesucht haben. Nein, das hat schon seinen Grund, das ist mir klar. 1982 standen ja viele von den sogenannten Linken, und das ist nicht identisch mit der SPD. Auf dem Standpunkt aus ihrer Sicht verständlich. Und jetzt haben wir die Republik, sozusagen, wir gewinnen jetzt die Republik. Die Republik gehört sich in unsere Richtung. Wir haben das Sagen. Sie wollten eine andere Republik. Sie wollten, natürlich überhaupt nicht die DDR, hier Quatsch. Aber sie wollten eine Form von Sozialismus. Sie wollten eine Neutralisierung. Später hat man das wieder dann gesehen, 1990, mit den sogenannten Reformkräften, etwa um Gysi und Wolf und wie sie alle hießen, die wollten ja auch nicht Honecker behalten. Im Gegenteil. Sie haben ja den Honecker sofort unter Strafverfolgung gestellt, als er gerade gestürzt war. Es war ja nicht die Bundesregierung, aber auch nicht die Demiseer-Regierung, sondern die Strafverfahren sind ja vorher angeleitet worden. Aber sie hatten damals eine Vorstellung eben gehabt, wir machen sozusagen Mitteleuropa eine ganz andere Entwicklung. Und ich würde das heute sagen, drei deutschsprachige linke Republiken, wobei ausgesprochenermaßen auch eine Menge Leute in der österreichischen SPÖ, in der Sozialistischen Partei Österreich, auch mit ein paar bürgerlichen Mitläufern bis hinein in die österreichische Volkspartei eine Neutralisierungszone sahen, mit einer völlig anderen, ohne Europapolitik, mit einer völlig anderen Situation, wie wir sie, je nach ich, anstrebt. Und ich war halt diesen Leuten sehr in den Quer geraten. Ich war sozusagen so ein Steinbrocken, der da, vielleicht auch ein Felsbrocken, mitten da im Flusslauf saß und das Wasser hat sich etwas geteilt und das habe ich halt auch bewiesen müssen, zugegebenermaßen. Das hat meine Frau immer zu mir gesagt. Du reizst ja auch die Leute, selbst wenn du nichts tust, so wie du bist, reizst du ja auch die Leute zu einer entsprechenden Reaktion. Es gab ein für die Geschichte Deutschlands und auch Europas wichtiges Bild 1984. Sie und François Mitterrand in Werder Hand in Hand. War das ein spontanes Bild oder war es verabredet? Es war kein spontanes Bild, aber auch dieses Bild hat wie alle Bilder eine Vorgeschichte. 1984 heißt ja 40 Jahre nach der Landung der Invasion. Also im Sommer 1944 war die Landung an der Normandie. Und 40 Jahre danach versammelt sich am Strand der Normandie Abschied Omar und wie sie alle hießen, wo die eigentlichen bitteren, heftigen Schlachten waren. Ganz am Anfang bis hin zur Panzerschlacht in der Orange. Die Staatsoberhalter der Siegermächte. Da war der amerikanische Präsident gekommen, die britische Königin war gekommen, die Königinnen und Könige der mit Deutschland im Krieg stehenden Länder. Und als ich dann nach Paris kam, ein paar Wochen vorher, war eine große Diskussion zwischen Zeitungen, nicht hier bei uns. Ich weiß noch, ob die Überschrift in einer großen Zeitung hieß, wird François seinen Freund Helmut einladen. Und als ich in Elysée kam, habe ich gleich gesagt, er braucht mich dann zu fragen, ich gehe auf gar keinen Fall dorthin. Das ist nicht der Platz für den deutschen Bundeskanzler. Ich habe mich noch einmal meiner Gründer genannt und jetzt kommt wiederum ein familiärer Grund. Wir waren uns dann einig, wir wollten und müssten auch eine symbolische Gäste machen und waren dann gleich zu dem Ergebnis gekommen. Wir gehen auch zusammen auf einem Soldatenfriedhof, wo Deutsche und Franzosen begraben sind. Da haben wir darüber diskutiert, wer dann in Frage käme, wo das wäre. Und das weiß ich nicht mehr. Ich glaube sogar, dass ich dann den Vorschlag gemacht habe, ob man über Verdun nachdenken können. Nun muss man wissen, viele Deutsche wissen ja gar nicht, was Verdun auch heute noch in Frankreich bedeutet. Verdun war für die Franzosen die Entscheidungsschlacht des Ersten Weltkriegs. Verdun haben sie widerstanden, haben ungeheure Verluste. Es war eine Wahnsinnskriegsführung von beiden Seiten, in dem man ja praktisch davon ausging, dass über die Zahl der gefallenen, verwundeten und vernichteten Existenzen die Lebenskraft eines Landes angeschlagen wird. Frankreich hat noch sehr viel mehr Tode dort erlebt als hier die Deutschen. Und die über Verdun früher sprachen, sprachen wir auch über persönliche Bezüge. Mein Vater war im Ersten Krieg in Verdun gelegen, ich habe das ja geschildert, als Soldat. Er war dort dekoriert worden. Und François Mitterrand war im Zweiten Weltkrieg sozusagen mit Verdun in Bezug bekommen, weil er als Sergeant, während er im Zweiten Krieg keine Kämpfe mehr hatte, während des Westfeldzugs 1940, als als junger Sergeant durch die deutsche Tiefliga verbunden wurde in Gefangenschaft geraten. Aber in der Region, deswegen haben wir immer wieder darüber gesprochen, so kamen wir dann auf den Gedanken nach Verdun zu gehen. Und auch auf diese Geste? Und dann, weil wir uns dann darum kümmerten, wie man das macht, war uns klar, man muss unbedingt sehen, dass viele Schüler aus beiden Seiten kommen, ich weiß nicht mehr, es waren glaube ich 5.000 oder 8.000 deutsche Schüler dort und Franzosen. Es war allein schon eindrucksvoll, diese Kinder zu beobachten, die ja gar keinen Bezug mehr hatten zu diesen kilometerlangen Gräberfällen, obwohl sie ihre eigene Groß- oder Urgroßväter waren, die dort begraben waren. Und als wir dann am Beinhaus am Ossia standen, hat er gesagt, wir reichen uns die Hand. Ich weiß nicht mehr genau die Formulierung. So ist dieses Bild entstanden, was ja weltweit eine große Reaktion hatte. In Frankreich auch, in Deutschland auch, eine ungeheure Reaktion nach Amerika hatte, wie ich sehr wohl weiß. Und er hat es auch als eine der großen Stunden seines Lebens immer so verstanden. Es ist ja eine Gedenkplakette geschlagen worden über diese Begegnung. Dieser Zustand der Republik, wie Sie ihn damals vorfanden und auch für sich beschrieben haben, hat ja auch den Begriff hervorgebracht von der geistig-moralischen Wende. Was war damals damit gemeint? Dass wir Stehvermögen haben. Ich werde ja oft gefragt, wo war das? Ich finde die größte, und so wird es auch im Ausland gesehen, das größte Argument war, dass wir den Druck, den massivsten Druck, der ausgibt, wurde überhaupt in der modernen Geschichte der Sowjetunion widerstanden haben. Wir sind nicht umgefallen. Wir sind nicht umgekippt. Und am Ende dann auch mit Zustimmung der Mehrheit der Bevölkerung. Und das war ein Kampf, der ganz enorm war. Das war die Wende. Das war eine ganz entscheidende Wende. Wenn die Bundesrepublik 1982, 1983 aus den Amerikanern gesagt hat, wir verweigern uns zur Stationierung, wäre es ein anderes Europa, eine andere Bundesrepublik geworden. Das wollen viele nicht wahrhaben, vor allem die Täter von damals nicht. Denn ein Großteil der Leute, die heute in wichtigsten Ämtern der Republik sitzen, haben sie zu dem damaligen Zeitpunkt auf den Straßen mit herumgeschrien. Wenn Sie die Äußerung des jetzigen Bundespräsidenten zur Nachrichtung lesen, dann haben Sie ein Beispiel dafür, dass ich nur den Kopf schütteln kann, mit welcher der Selbstsicherheit er sich heute zur internationalen Politik äußert. Alles, aber nahezu alles, was er empfohlen hat, war falsch. Aber was war die geistig-moralische Wende? Ja, ich finde eben, das ist eine geistig-moralische Sache. Also, wissen Sie, ich bin an einem Samstag, Sie mögen jetzt einen anderen Begriff haben, ich bin an einem Samstag gegen die Mittagszeit und geraten das Kanzleramt zu den Hubschrauber gestiegen, um hier nebendran zu landen. Da waren über 300.000 Leute rund ums Kanzleramt aufmarschiert und haben unsere Politiken vor allem gegen mich als Person demonstriert und sie verlangten die Wende. Sie verlangten eine Wende der Unterwerfung. Gar keine Frage. Und ganz vieles andere. Zu diesem Bild gehört natürlich auch, wer alles in jener Zeit übergelaufen war. Erinnern Sie sich an die Kampagne generell, glaube ich, für den Frieden. Und später hat sich gezeigt, das waren alles Soldempfänger. Nicht nur bei der Bundeskasse, vielleicht auch, aber vor allem bei Herrn Mielke. Ein Großteil der Protagonisten dieser Politik waren doch schlicht und einfach Vaterlandsverräter. Das ist heute zu sagen, schmerzt manche, aber es ist trotzdem die historische Wahrheit. Lassen Sie uns über zwei Affären dieser Jahre sprechen. Es gab ja auch schon mal in den 80er Jahren eine sogenannte Spendenaffäre mit zwei Untersuchungsausschüssen. Damals prägte Heiner Geißler in einer ganz bestimmten Situation den Begriff Blackout. In weiten Teilen der Öffentlichkeit wurde das als eine Art Notlüge wahrgenommen. Was war wirklich passiert? Also passiert war, dass wir damals Spenden vom Flickkonzern angenommen hatten, aber nicht nur wir, alle anderen auch. Aber man dann eine Konstruktion machte, aber es war nicht eine Frage wegen der Spendenannahme. Also nicht ein vergleichbarer Fall wie später, sondern der Punkt war ja, ob die steuerlichen Regelungen für den Flickkonzern im Zusammenhang mit dem Verkauf von Teilen von Daimler-Benz sozusagen von uns freundlich begleitet worden wären. Und das war von A bis Z gelogen. Wir waren weder in der Regierung noch haben wir mit dieser Sache direkt zu tun gehabt. Das waren die Sozialdemokraten und die FDP, die hier in der Regierung auch eine gewisse Verantwortung hatte. Und da gab es zwei Untersuchungsausschüsse und ich habe damals den großen Fehler gemacht, dass ich nach Mainz, ich hätte ja als Bundeskanzler darauf bestehen können, dass der Untersuchungsausschuss nach Bonn kommt. Ich bin da eigentlich mehr reingetappt, ohne viel Überlegung, auch allein, habe keine Rechtsantwort mitgenommen. Und es war ein unglaublicher Zustand in dem Saal. Die Journalisten saßen rings um mich herum. Und da war eine Antwort von mir, die war unüberlegt, gar keine Frage. Aber es war nicht eine Antwort, dass ich sozusagen den Ausschuss belegen wollte, sondern ich habe einfach nicht richtig reagiert, weil ich am Teil auch nicht verstanden habe. Daraus hat man dann versucht, einen Kanzlersturz zu konstruieren. Und die Sache ist gar keine Frage, ist ganz wesentlich erschwert worden, die Lage durch die Äußerung von Geisler. Denn es gab gar keinen Grund, dass der Geisler das sagte. Aber wenn also der Generalsekretär der CDU öffentlich sagt, der Kanzler hat einen Blackout, ist es schon eine gravierende Sache, dass der Mann, auf dem sie in einer entscheidenden, schwierigen Situation lassen, offensichtlich Ausfälle hat. Mir ist bis heute nicht klar. Früher habe ich gesagt, das war ein Blackout von Geisler im Rückschau. Auf das, was dann kurze Zeit später auf den Bremer Parteitag kam, bin ich heute ziemlich sicher, dass Geisler damals angefangen hat zu überlegen, wie man mich aus dem Amt bringen kann. Es gab in dieser Zeit ja dann auch noch andere, die gesagt haben, man habe ihnen das Amt gerettet, dadurch, dass man bestimmte Dinge nicht gesagt hat. Lütje hat... Ja, ich muss Ihnen sagen, das ist ein Fall, der Lütje hat diese Aussagen ja alle gemacht, viel später, als er sich herausstellte, dass er mit Kieb zumindest sehr eigenartige Geschäfte gemacht hat, im Blick auf Waldspätten. Geschäfte, mit denen ich nie etwas zu tun hatte, hat es ja nicht ernsthaft aufrechterhalten. Etwa von Schweizer Kunden und was so weiter war. Mike Lütje, der ist tot, ich habe da keinen Grund Nachzug hatten. Ich habe ihn immer im besten Verhältnis zu ihm gelebt, habe ihn sehr respektiert. Er wollte ja damals abgehen zur Hauptgeschäftsführer der Industrienhandelskammer in Aachen werden, als dieser Vorgänger war, bei dem ja auch der Prozess mit Lambsdorff damals lief. Und ich habe dann alles getan, dass auch die Partei sich richtig und nobel gegen ihn verhält, dass er dann geblieben ist. Er selber ist eigentlich nie über die Sache weggekommen. Die Partei hat ihn also mit Sicherheit auch finanziell exzellent behandelt. Und sein späteres Verhalten ist eigentlich ganz unverständlich. Er war ja dann ganz eng mit Kiepen und sind so völlig verkracht. Was da im Einzelnen war, weiß ich nicht. War ein bisschen Rache dabei. Aber ich habe trotz dieser bitteren Erfahrung keinen Grund, jetzt über ihn schlecht zu sprechen. Und meine Position ist, dass es eine große Enttäuschung für mich war. Rache? Wofür? Ach Gott, wissen Sie, vielleicht, dass er mehr noch für sich erwartet hat. Vielleicht hat er eine Funktion irgendwo erwartet. Aber das war gar nicht seine Sache. Es war für ihn schon bitter, dass er dann diese Zeit des Prozesses hatte, Stadthauptgeschäftsführer dieser angesehenen Position bei der Industrierandelskammer in Dortmund zu sein. Aber er hat gesagt, er hätte damals für Sie gelogen. Ja, das behauptet er, das stimmt nicht. Die zweite Affäre? Ich darf sie nicht vergessen. Das hat er gesagt, fast anderthalb Jahrzehntel später. Mir gegenüber hat er das nie gesagt. Er hätte genug Gelegenheit gehabt. Weil derzeit, als er doch im Amt war, jeden Monat zweimal bei mir. Die zweite Affäre jener Zeit war die Barschler-Affäre, die Sie ja dann so miterlebt haben. Können Sie sich heute einen Reim darauf machen? Nein. Ich habe das nie verstanden. Ich verstehe es ehrlich gesagt auch heute nicht. Ich hatte nie ein, ja wie soll ich es eigentlich sagen, ich kann auch nicht sagen, ich hatte ein schlechtes Verhältnis mit Oberbarschel, ich hatte gar kein Verhältnis mit Oberbarschel. Oberbarschel kannte ich natürlich, er war Fraktionsvorsitzender, war ein im Auftreten blindender Mann, gar keine Frage, hochbegabt, von einer sehr schnellen, brillanten Intelligenz. Er konnte einen Text angucken, dann hatte er ihn, also sehr schnell reagierend. Er hat dann eine sehr raste Karriere gemacht. Ich war sehr befreundet mit Helmut Lemke, dem langjährigen Ministerpräsidenten, dem ich immer schon sagte, was habt ihr eigentlich mit dem Barschel. Und dann kam ja Gerhard Stoltenberg als Ministerpräsident. Und Gerhard Stoltenberg ist ja von einer ganz anderen Art gewesen. Er war ein eher kühler Mann, der nicht so viele Leute losging wie der Barschel, sehr bedächtig, aber auch nicht einer, der Streit annähernd, sondern der mit dem Streit aus dem Weg gegangen ist. Das hat Barschel auch genutzt. Und dann war natürlich die Schleswig-Holstein wichtig, der frühere Ministerpräsident, später Bundesminister Kai-Uwe von Hasl, Bundestagspräsident, der war ein überzeugter Barschel-Anhänger und der hat jetzt auch die Kandidatur betrieben. Dann ist Barschel ja Ministerpräsident geworden, nachdem ich Gerhard Stoltenberg weggegangen war und Bundesfinanzminister wurde. Und ich weiß noch, wie ich zu Gerhard Stoltenberg sagte, seht ihr denn nicht, dass das nichts wird? Die ganze Art. Und dann gab es ja, wissen Sie, ich habe ja immer Anwärter auf die Position des Bundeskanzlers gehabt, Barschel war ja auch einer von denen, der mal im Büro stand und hat so sehr deutlich gesagt, er geht davon aus, dass er der nächste Bundeskanzler sein wird. Und dann kam der ganze Vorgang, mit dem ich an sich gar nichts zu tun hatte, das ich eher nur indirekt miterlebt habe. Und dann habe ich noch mal, ich war aus dem Amt geschieden, das war zwischen den beiden Landtagswahlen. Und da habe ich das einzige wirklich intensiv lange, auch menschlich bewegende Gespräch mit ihm gehabt, als ich hier in Lübeck besucht habe. Und wir draußen in seinem Haus da eine Wanderung machten. Und da bin ich eigentlich nach Hause geflogen, anschließend dachte, wir machen jetzt einen neuen Anfang. Diese Beziehung ein paar Tage später war er tot. Die Vorgänge, die dann alle diskutiert wurden, habe ich ehrlich gesagt nie begriffen. Was ich jetzt sage, kann ich wieder beweisen. Es ist eine Meinung, die gewachsen ist. Ich war damals überhaupt nicht der Meinung, dass er möglicherweise ermordet worden sei. Heute bin ich der Meinung, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er ermordet wurde, größer ist, als dass es Setspont war oder auf eine andere Weise. Da habe ich meine Meinung aufgrund vieler Indizien, die ich aber nicht beweisen kann, geändert. Sie haben keinerlei Ansatzpunkt, welche Geheimdienste da involviert sein könnten. Ich weiß nicht, was mit Geheimdiensten war. Ich weiß nur, dass die Art und Weise, wie die Genfer Justiz, die Staatsanwaltschaft das behandelt hat, für mich zu den Skandalen, Justizskandalen unserer Zeit gehört. Wobei es sein könnte, dass das die totale Unfähigkeit der Betroffenen war. Dann war später die Frage von Geheimdiensten. Es war dann später auch die Frage, dass er gelegentlich in die DDR gereist ist. Davon hat man aber nie etwas gehört. Das war mir auch schwer verständlich, denn ich brauchte ja nur in Helmstedt an der Grenze zu erscheinen, weil es überall in den Zeitungen gestanden, auch übrigens als Ministerpräsident. Ich glaub, es war dann ein weißes Feld. Vielleicht wird zu Lebzeiten nach mir, noch zu meinen Lebzeiten glaub ich nicht, aber vielleicht wird irgendwann mal jemand kommen aus einer Generation, die jetzt auch langsam älter wird und sagt, ich war dabei, wie das und das passiert. Ich weiß es nicht. Die Sache selbst hat uns furchtbar geschadet in der Bevölkerung. Dass es sein Wort gegeben hat und so, das hat uns sehr geschadet. Auf die CDU abgefärbt. Bitte? Auf die CDU abgefärbt, meinen Sie? Ja natürlich. Er hat gesagt, das war nicht so, das war aber doch dann so. Das hat uns schon sehr geschadet. Wobei es auch Schurkenstücke war, die da stattfanden, dass ein Belastungszeuge vorgeführt wurde gegen ihn und damit gegen die CDU. Und das war alles gezinkt. Ist Sie richtig verstanden, die Reisen, die Uwe Barschel in die DDR unternommen hat, waren nicht mit Ihnen abgestimmt? Nein. Überhaupt niemals. Ich habe nie einen Kontakt übertreibend mit ihm gehabt. Das, was ich dazu hörte, habe ich alles nachher gehört. War das damals üblich, dass ein Ministerpräsident das auf eigene Faust tut? Ich wusste ja gar nicht, dass er es tut. Das war ja das, was später für mich verwunderlich war. Als wäre das geschehen, das habe ich nicht gewusst. Ich habe auch der Sache keine Bedeutung beigemacht. Wenn Sie vor dem Amt sind, hören Sie schon morgens bis abends irgendwelche Sachen, Geschichten, Tatsachen oder Nicht-Tatsachen. Wenn Sie mir jedem nachfragen, das habe ich nie gemacht. Er gehörte nie zu einem Kreis, der mir irgendwie nahe stand. Es kam damals ein Begriff auf, der mit Ihrer Person verbunden wurde. Der Begriff des Aussitzens. Haben Sie das als Kritik oder vielleicht als Kompliment empfunden? Weder noch. Es war Blödsinn. Ich habe nie in meinem Leben etwas ausgesessen. Es müssen ja Dummköpfe oder die üblichen Herabsetzungen des Andersdenkenden. Wo habe ich denn was ausgesessen? Wer hat denn in Deutschland ausgesessen? Habe ich die Nachrichtung ausgesessen? Ich stand in der vordersten Front. Von Eiern überworfen, Stinkbomben überworfen, körperlich bedroht. Wo habe ich da was ausgesessen? Vor allem Leute bei der SPD, die haben das ausgesessen. Der Begriff Aussitzen war ein Begriff, den Herr Jochen Vogel immer gerne gebraucht hat. Ich habe nichts ausgesessen. Die Münchner SPD hat er ausgesessen und hat sich an die Macht kommen lassen. Das aber doch nicht ich. Ich könnte diese Beispiele beliebig erweitern. Und ich bin in die deutschen Universitätsstädte gegangen und habe entsprechend gekämpft. Wir haben eine Steuerreform nicht ausgesessen, sondern Gerhard Stoltenberger an der Spitze haben sie durchgeführt. Wir haben, wahr ist, dass wir, der Einwand, nicht aussitzen. Wir haben damals, selbst dort wo wir schon eine Ahnung hatten, vielleicht zu wenig getan, um sehr viel früher mit äußerster Härte die Leute darauf hinzuweisen, in welche Richtung wir abschließt, etwa in der demografischen Ordnung. Ein Land, wenn die Bevölkerung immer älter wird. Gott sei Dank bei guter Gesundheit. Jetzt werden die Frauen im Durchschnitt 80 Jahre alt, also statistische Größe, die Männer 75. Und wenn dann gleichzeitig weniger Kinder geboren werden, weil die Deutschen entweder nicht können oder nicht wollen, das will ich jetzt nicht untersuchen, dann war das damals schon erkennbar. Wir haben auch oft darüber diskutiert. Unter dem Gesichtspunkt hätten wir sicherlich in der Familienpolitik noch das eine oder andere mehr machen können. Obwohl wir viele Sachen eingeführt haben, die vorher überhaupt nicht da waren. Ich habe es auch nicht ausges... Ich war ja nun auch der, der beispielsweise innerhalb der CDU, das war auch ein wichtiger Punkt, wo der Geisler sehr viel Positives getan hat, zugunsten von Frauen, die Familienmutter, bis hin in die Politik hinein. Natürlich habe ich nicht an ein Frauenbild gedacht, wie es die Frau Süßmuth sich entwickelt hat. Das hätte ich besser sein lassen. Aber ansonsten kann ich nicht entdecken, wo man was ausgesessen hat. Ja, nach meiner Wahrnehmung wurde das zunehmend als positiver Begriff wahrgenommen. Also insbesondere im Verhältnis zu der heutigen Regierung, der mehr Improvisationstalent nachgesagt wurde. Also mehr als Durchhalteverband. Aber wissen Sie, ich habe eine der wichtigsten Entscheidungen der modernen Geschichte mit dabei geführt. Das ist die Ablösung der D-Mark und die Einführung des Euro. Die wohl wichtigste Entscheidung in Europa in Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg. Eine Entscheidung, die ich über die deutsche Einheit stelle, obwohl das eine zum anderen gehört, ist doch nicht ausgesessen worden. Sondern ich habe Kopf und Kragen riskiert. Ich habe den Kopf hingehalten und habe gesagt, ich mache keine Abstimmung. Wohlwissen, dass ich die Abstimmung wahrscheinlich verloren hätte. Also ich muss nicht sagen, das trifft mich sonderlich nicht. Das ist so, vorhin haben Sie das Beispiel von der Birne erwähnt. Das sind viele Dummköpfe, die sowas erzählen. Die Birne war ja ein Sputausdruck auf den König Louis Philipp nach Napoleon I. Und das war so ein Sputvers. Und ich war nie eine elegante Erscheinung. Und wenn ich auftrete, habe ich nie einen Anspruch gehoben, dass ich demnächst als männliche Prima Ballerina wo auftauche. Ich war so wie ich bin. Aber die Leute haben mir vertraut. Und vier SPD-Kanzlerkandidaten haben sich an diesem Steinbrocken festgebissen. Und insgesamt sind es sieben Wahlen, die ich gewonnen habe. Und ich habe auch gar keinen Blick zurück im Zorn. Irgendwann habe ich halt die Wahl verloren. Das ist okay.